Karten, die dein Weltbild verändern. Das hier sind die 10 Städte mit den weltweit höchsten Mordraten. Eine davon befindet sich in den USA und die anderen neun in Mexiko. Am höchsten ist die Mordrate im mexikanischen Colima, wo es über 180 solcher Verbrechen pro 100.000 Einwohner gibt. Erwähnenswert ist allerdings auch die venezolanische Hauptstadt Caracas, die wir in den vorherigen Jahren immer in diesem Ranking vertreten. Allerdings gibt es aufgrund der instabilen Situation in Venezuela mittlerweile keine verlässlichen Daten mehr dazu. Hier sehen wir die Feinstaubkonzentration in Europa. Am höchsten ist diese in Bosnien und Herzegowina, was besonders an der Kohleabhängigkeit des Landes zur Wärme- und Stromerzeugung liegt. Diese Karte zeigt alle Länder, die noch nie von einem amtierenden US-Präsidenten besucht worden sind. Das sind vor allem Staaten in Afrika und Zentralasien. Das hier sind alle Länder, die sich derzeit im Krieg befinden, die Farben zeigen, um welche Art Konflikt es sich dabei handelt. Alle zu erklären würde an dieser Stelle allerdings den Rahmen sprengen. Mehr Infos findet ihr deshalb in der Beschreibung. Most thanks to Brazil.